Willkommen im Gruselkabinett Komm rein ins Gruselkabinett Hereinspaziert, hereinspaziert Macht mal Kopf, was war draußen so viel Scheiß passiert Dein One-Way-Ticket für die Geisterbahn Im Zinsack direkt hin zu deinem Grab Vorbei am Arbeitslager, in den Folterkeller Geht zum Koreaner, wohlgenert wie Rockefeller Marsha Kinschberg gräbt sich aus der dunklen Ecke Drückt den roten Knopf, nur eine seiner Suppe Willkommen im Gruselkabinett Komm rein ins Gruselkabinett Das ist das Gruselkabinett Viel Spaß im Gruselkabinett Du wirst zu privaten, in Richtung Gefahrenen Auf hoch ganz polierte Genickschussanlagen Und Graf Alexander wartet entspannt ab Hier gibt's endlich mittelalte Geschichte in Farbe Tiefer in den Katakoppen wirst du doof im Kopf Denn neben Wasserstoffbomben gibt's Tee mit Novichok Du siehst noch den von KGB Ermächtigten Unsere Hauptattraktion, Wladimir den Schrecklichen Er schreit zur Ukraine, opuskelt zur Russie Er schreit против всех, unnichtoßet dich Willkommen im Gruselkabinett Komm rein ins Gruselkabinett Das ist das Gruselkabinett Viel Spaß im Gruselkabinett Von Drasche vor zwei Räte, bei Hauden Lukas Das Leopard-Panzer fahren im Autoscooter Schießt einer Süßen mit Raketenziehe Suchen unter Ehrenkreuz An einer unserer Schießbuden Und ist dir das hier alles viel zu langweilig? Kommt Bernd H aus B, ganz klammheimlich Und holt mit ner Prise Nationalstolz Aus'm Keller, seinen Kumpel Adolf Willkommen im Gruselkabinett Hereinspaziert, hereinspaziert Komm rein ins Gruselkabinett Kommt auf, kommt auf, kommt auf, kommt auf Das ist das Gruselkabinett Hereinspaziert, hereinspaziert Viel Spaß im Gruselkabinett Kommt auf, kommt auf, kommt auf, kommt auf, kommt auf Wahahahaha Untertitelung des ZDF, 2020